Liebes Team des Kinderpalliativzentrums, lieber Herr Prof. Dr. Zernikow, ich gratuliere Ihnen allen recht herzlich mit respektvoller Anerkennung zum 10-jährigen Bestehen Ihrer Einrichtung. Ich durfte mir selbst vor einigen Jahren einen Eindruck von der zu leistenden Arbeit schaffen. Ihre einzigartige Einrichtung mit den außergewöhnlichen Mitarbeitern und deren einfühlsamen Art hat mich sehr bewegt. Ich wünsche Ihnen auch zukünftig viel Kraft und weitere Sponsoren, die Ihr Projekt unterstützen. Alles Gute, Ihr Udo Leis